Der Frühling ist da, wie schön, oder? Ich bin so gut drauf deswegen, ey. Endlich ist der Winter vorbei, ja, es wird wieder warm. Deswegen sieht man keine Frauen mehr auf der Straße. Nein! Denn die ganzen fleißigen Girls sind natürlich im Fitnessstudio, oh mein Gott. Sie suchen ihre Bikini-Figur, sie haben sie verlegt. Leute, es wird allerhöchste Zeit, es wird allerhöchste Zeit. Wenn man, gut, wenn man nicht ganz so fleißig ist, dann kann man sich im Fitnessstudio auch einfach auf diese Powerplate stellen. Die macht den ganzen Scheiß für dich. Das ist das allergeilste Fitnessgerät der Welt. Stellt sich drauf, lässt sich einfach durchruckeln. Keine Ahnung, was da Sport dran ist. Und die ganz richtig faulen Schweine, die wenden einfach die Altbewähr der Heidi Klum-Diät an. Ob sich die Frauen im Iran momentan Gedanken über ihre Bikini-Figur machen oder das schöne Wetter genießen, wage ich zu bezweifeln. Aber auch für die gab es in der vergangenen Woche eine richtig supergute Nachricht. Der Iran plant die Aufhebung des Stadionverbots für Frauen. Das ist doch mal eine Meldung, oder? Yes! Mensch, was haben wir diese Nachricht gefeiert? Wirklich, dollmann, was für eine Errungenschaft. Da freut sich doch jede Frau drüber, oder? Zwar dürfen die Frauen da immer noch nicht ohne die Zustimmung von Ehemann das Land verlassen, aber scheiß drauf, dafür gibt es eine Dauerkarte für den VfL Teheran. Da kannst du am Wochenende schön mit den anderen Ultrafrauen in der Südkurve randalieren. Ja, hör mal, genau dafür haben die Frauen im Iran doch jahrelang gekämpft. Na klar, jetzt versteht man auch, wofür die überhaupt auf die Straße gegangen sind, oder? Nicht Vergleichberechtigung, hallo? Denen ging es immer nur um die Erhaltung der Fankultur, natürlich. Hör mal, da kann man wirklich gespannt sein, welche Reform als nächstes kommt, oder? Vielleicht wird den Frauen sogar noch erlaubt, eine eigene Bohrmaschine zu besitzen und im Stehen zu pinkeln. Das wäre doch was, oder? Gut, komm, hör auf. Es ist, ich weiß, es ist schon verdammt arrogant, den Iran als rückschrittlich zu bezeichnen, wenn in deutschen Städten wie Tröglitz noch das tiefste Mittelalter herrscht. Da haben tatsächlich ein paar Idioten ein leerstehendes Flüchtlingsheim angezündet. Nebenbei wurde noch der amtierende Bürgermeister so sehr eingestüchtert, dass er sein Amt niedergelegt hat. Und das Beste, einem Landrat wurde sogar mit Enthauptung gedroht. What? Enthauptung? Moment. Enthauptung, sag mal. Habt ihr euch das auch ganz alleine ausgedacht? Ehrlich? Oder habt ihr da ein bisschen bei den Terroristen auf YouTube abgekupfert? Denkt euch doch mal was eigenes aus, Mensch. Ganz ehrlich, ey, Enthauptung, das ist sowas von 2014. Aber was die eine Energie, also... Aber was die für eine Energie aufbringen, oder? Das musst du erst mal schaffen. Dachstuhl ordnungsgemäß abfackeln, sich zum Aufmarsch verabreden, Plakate bemalen, Sprüche überlegen, sich besaufen, beim Bürgermeister in den Vorgarten kotzen. Ey, hättet ihr mal mit derselben Energie die Schule zu Ende gemacht, dann wüsstet ihr auch, warum Leute ihre Heimat verlassen müssen und sogar lieber zu euch an den Arsch der Welt flüchten. Aber für alle, die Angst davor haben, dass Fremde in ihre Heimat kommen, hab ich ganz schlechte Nachrichten. Die NASA hat nämlich angekündigt, dass wir in 10 bis 20 Jahren endlich auf außerirdisches Leben stoßen werden. Gut, man weiß jetzt noch nicht so genau, ob das dann grüne Männchen sind oder Amöben, aber machen wir uns nichts vor, die Bedrohung liegt auf der Hand. Selbst so eine Amöbe kann einem Neonazi ratzfatz den Arbeitsplatz wegnehmen. Wahrscheinlich werden schon Stimmen laut. Was muss Tröglitz noch ertragen? Erst Kurden, bald Klingonen, Marsianer statt Afrikaner. Es kommt ganz, ganz finster für den xenophoben Deutschen. Ich bin mir sicher, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis dann auch die NPD Stimmung macht gegen Außerirdische, oder? Ja, die NPD, die ist ja leider nicht ganz so schnell im Kopf. Aber wir haben uns mal erlaubt, einige Plakatvorschläge vorzubereiten. Geld für die Oma statt für Alf und Yoda. Und nach so NPD-Logik müsste Yoda ja so eine richtige Bedrohung für unsere deutsche Sprachkultur darstellen. Deshalb haben wir auch in seinem Stil auch eine Ansage formuliert, verpissen, verpissen ich aus Deutschland mich muss. Keine Moneten für doofe Planeten. Dann müsste ja wohl jeder in der Galaxie das ja wohl verstehen. Oder? Oder auch dieser Kandidat hier? Nach Haus debattieren. Den will bei der NPD bestimmt auch niemand in Deutschland sehen. Weg mit dem.